Ich meine, hier würde nichts laufen. Jeder würde sich verirren, wenn es nicht die Fahrtfinder gäbe, die den Weg weisen. Und wenn es nicht die ehrenamtlichen Helfer gäbe, die immer wieder aufräumen, Dinge zusammenräumen, für den Müll sorgen und solche Sachen machen. Wir brauchen sie sowieso, aber nicht weil wir sie brauchen, ist es toll, dass sie da sind, sondern weil sie ihren Glauben mit uns in praktischer Arbeit teilen. Und deswegen ist es toll, dass sie da sind.